Jo, guten Tag, da sind wir beim dritten Video, dritten Zeitalter bzw. sechsten Zeitalter, also dritten Nationalgeist, den man auswählen kann, mit diesen acht Kandidaten, die wir hier sehen. Wenn ihr die anderen sehen wollt, wie die eingebrochen sind, ich spoil natürlich nichts, das heißt, guckt euch die Videos bitte an, Like, Abo und so weiter, damit unterstützt ihr mich immer, denn das ist ja immer ein bisschen viel Denkarbeit und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen. Denkt dran, sind wir auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, Meister, Großmeister. Natürlich werde ich auch immer mal auf Leichte eingehen, was ich davon halte, aber meistens geht es halt eher um die hohen Schwierigkeiten und da soll auch der Eindruck mit gewonnen werden. Beginnen wir mit dem geköpften Kolonialisten, der Kolonialismus. Auch eine Diplomatie-Eigenschaft in meinen Augen, ab diesem Zeitpunkt der, ich glaube Renaissance ist es ja dann, ne, Aufklärung müsste es sogar sein, ist es so, dass man eigentlich genug Diplomatie kriegen soll, dass man die gut ausgeben kann, genug Händler schon hat und so weiter. Diesen Playthrough habe ich das auch genutzt. Ihr habt wieder so ein bisschen was mit Außenposten, wobei ich den Kolonie-Außenposten, den ihr ja haben kann, nicht so gut finde. Den könnt ihr hier, den könnt ihr ja freischalten durch Kolonie als Forschung oder hier könnt ihr den als Kulturkraft an jeder Position eurer Einheit setzen. Also wenn irgendeine Einheit irgendwo steht und die kann da einen Außenposten bauen, könnt ihr mit der Kulturkraft diese Außenposten als Kolonie-Außenposten direkt hinsetzen. Das ist ganz nett, aber Kulturkraft ausgeben für sowas ist in meinen Augen nicht so super. Kolonie an sich, ich gucke mal gerade, ob ich das hier nochmal finden kann, die Kolonie an sich hat immer den, ne, habe ich schon weggemacht, leider, weil ich die Karawanenwächter brauchte, aber die Forschung auch nicht. Auf jeden Fall gibt die Handelsgüter, diese Handelsgüter geben zwei Kultur, das heißt, ihr kriegt zwei Handelsgüter, zwei Kultur, habt ihr dann die nächste Freihandel, also diese nächste Fähigkeit, Freihandel freigeschaltet, kriegt ihr nochmal zwei Kultur, das heißt, ihr kriegt so vier Kultur für die Kolonie-Außenposten, was ganz cool ist und auch ein bisschen Vermögen, glaube ich. Das ist eine ganz coole Sache. Das hier finde ich unsinnig, also auf keinen Fall nehmen, zu diesem Zeitpunkt sind keine kleinen Nationen mehr da, lasst es sein, geht da nicht drauf hin, Schwachsinn. Der Freihandel ist das absolut stärkste in diesem Baum in meinen Augen, weil dadurch könnt ihr, selbst wenn ihr Krieg fiel mit einer KI, all ihre Waren über die Importaktion einnehmen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, Tipp, Video, müsst ihr jetzt rauskommen, ist schon rausgekommen, kann ich euch gar nicht mehr sagen, guckt einfach mal nach. Da sind ein paar Mechaniken, die ich auf jeden Fall als sehr schlecht zu übersehen sehe und da gehört zum Beispiel dieser Handel mit dazu. Wassertransport, mehr Bewegung ist ganz nett. Das kombiniert mit Sondereinsätzen kann man tatsächlich mit Wassertransport über das Meer fegen, das habe ich hier auch mal genutzt, ist aber natürlich sehr situativ interessant, dass vielleicht zwei Siedler, wobei auch in meinen Augen in dem Zeitpunkt, gerade bei höherer Schwierigkeitsstufe, müsst ihr eigentlich schon die ganze Map voller Siedler haben, sonst hat die KI das schon gemacht, wo ihr habt irgendwie so luxuriös noch eine Position, wo ihr hingehen könnt. So einzelne kleine Mini-Inseln sind sehr schlecht generiert im Millennia, von daher bringt es da nicht so viel. Bei Binnensee kannst du das bringen, oder Binnenmeere heißt es ja, hat eine sehr riesige Karte, weil es kein Meer in dem Sinne gibt, sondern einfach nur so kleine Seen überall. Und dadurch habt ihr sehr viel Platz, da könnte es vielleicht nur nützlich sein. Und dann die Handelsfambrick ist dasselbe wie der Handelsposten, du hast jetzt zwei Güter produziert, das heißt, ihr könnt zweimal Öl, zweimal Kohle und so weiter und so fort bauen. Kostet wohl auch 60 Verbesserungspunkte. Und ihr kriegt ja auch nicht günstiger auf einmal. Wenn ihr natürlich Verbesserungspunkte kriegen könnt sehr schnell, dann könnt ihr das natürlich bauen, ist dann auch auf jeden Fall eine coole Sache. Kann aber nur beim Kolonie- oder Standort-Hausenposten gebaut werden, nicht bei der Burg. Kennt ihr ja bei den anderen Handelsposten ja genauso. Ist auch ganz nett, ich finde es zu teuer für das, was es kann. Aber wenn ihr es rumliegen habt, ist es eine coole Sache. Dann könnt ihr maximal Vasallenwohlstand erhöhen, das heißt, eure Vasallen können mächtiger werden, müsst ihr wohl auch immer die Städte gebaut haben, damit die mehr Bevölkerung unternehmen oder unterhalten können. Die wachsen dann schneller und können besser Verbesserungen bauen, geben euch mehr Ressourcen und so weiter. Und ihr kriegt zwei Hände, der das immer ganz nett ist, natürlich schon teuer dafür, aber kann man auf jeden Fall machen. Und die Lehnenstreue einfordern ist ähnlich wie bei der feudalen Monarchie. Da könnt ihr auch einfach den, also bei der feudalen Monarchie kriegt ihr ja Bevölkerung dazu. Hier kriegt ihr halt den Wohlstand für vier Runden um 50 Prozent und ignoriert die Obergrenze. Das heißt, ihr könnt eure Vasallen mit Kolonialismus und feudaler Monarchie bis zur Umkenntlichkeit pushen, was eine sehr coole Kombination ist. Da kriegt ihr von den Vasallen danach natürlich schon 10, 20 Forschung, wenn ihr anständige Vasallen habt und die auch gut pflegt. Das ist schon sehr cool. Ja, ein vasallisiertes Territorium ist halt in meinen Augen 6 viel zu wenig. Wir kommen gleich zu den absolut schrecklichsten Bedingungen für ein Vermächtnis. Aber das hier ist eines der einfachsten. 6 habt ihr immer. Also wenn nicht, dann spielt ihr falsch, weil ihr müsst natürlich gerade bei höheren Schwierigkeitsstufen viel Territorium haben. Jeder kleiner Vasall ist für euch mehr Punkte. Ihr werdet nicht zu viele Städte haben. Also mein Maximum an Städten war glaube ich mal 6 oder 7. Danach wird es auch sehr teuer, die überhaupt zu kriegen. Deswegen habt ihr fast nur Vasallen. Und die sind dann halt, wie ihr seht, bei 19. Hab auch schon viele erobert. Von daher ist es nicht unbedingt das beste Beispiel. Insgesamt, ja, finde ich gut. Freihandel ist halt super stark. Das ist nutzlos. Das kann man vielleicht noch situativ benutzen. Weil, ja, Vasallen kann man gut pushen. Ist aber auch sehr weit tief drin. Ich finde es okay, aber nicht überragend. Ja, dementsprechend bei B würde ich es anorten. Ich würde immer sagen, was ihr dazu sagt. Vielleicht wäre es so ein A-Kandidat. Freihandel ist schon sehr stark. Aber wenn ihr zum Beispiel die KI angreift und die kaputt geht, dann kriegt ihr auch keine Ressourcen mehr. Das heißt, also weil die ja dann keine Ressourcen mehr produzieren kann. Und ihr müsst natürlich immer Kontakt und Gesandte zu den jeweiligen KIs geschickt haben. Es ist gut, aber nicht jetzt sehr gut oder sonder gut. Deswegen bleibt es bei B in meinen Augen. B plus zwar, aber B. Dann gehen wir mal zum Imperialismus. Bei Kommandanten werden wir ja sehen. Also wenn ich Napoleon sehe, denke ich immer an Imperialismus. Also ist ja jetzt kein Napoleon, aber napoleonische Tracht zumindest so in der Art. Und dann haben wir die Kommandanten. Das heißt, hier geht es darum, dass wir einen Heldmarschall bekommen. Den wird auch direkt erzeugen. Also wieder der klassische Hau-auf-die-Fresse-Nationalgeist. Und alle Anführereinheiten kriegen eine Taktik dazu, weil die Erstfähigkeit ist sehr cool. Und ihr müsst weniger bezahlen für Beförderungskosten, finde ich. Ja doch, zu dem Zeitpunkt wird es schon relevant, weil manche Kampfeinheiten tatsächlich dann irgendwann auch mal 50 oder 100 brauchen. Ihr generiert zwar auch viel, aber da kann man sich auf jeden Fall einiges sparen. Von daher ganz cool. Und Taktik mehr heißt halt mehr Verteidigung, mehr Angriff. Also hier ist jetzt mehr 10% von Angriff und Verteidigung. Das heißt, ihr könnt da eben eure Anführereinheiten buffen. Mit dem, wenn ihr sehr militär spielt und das schon als Startbonus genommen habt, mehr Taktik für Anführer. Dann hier nochmal mehr Taktik für Anführer nehmen. Das ist schon übel. Ich glaube, da könnt ihr ordentlich auf die Fresse geben. Das kann man machen. Ist nicht mein Spielstil wie immer, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Dann könnt ihr hier Grenadiere der alten Garde bauen. Das sind Linieneinheiten. Das sind halt welche, die auch gegen Linieneinheiten gut sind. Da kennt ihr die Grenadiere, die man normalerweise bauen kann. Und die haben 25, 36, haben mehr Gesundheit, 60 Gesundheit. Haben auch durch die neuen Patch jetzt 16 Vermögensabgib. Also das wird auch noch sehr spannend, mit diesem neuen Vermögensupgrade da noch spielen zu können gegen Großmeister. Wenn die 15 Stacks haben und ihr könnt euch nicht mal zwei leisten. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Aber in der Fall habt ihr so einen klassischen Grenadier. Der natürlich ein bisschen was stärker ist in dem Sinne. Den ihr dann bauen könnt. Genauso wie die Kavallerie der alten Garde. Dass ihr halt, wenn ihr die schnell baut, einen guten Vorteil bekommt. Wodurch ihr schnell hoffentlich dann aggressiv werden könnt. Und müsst ihr aber auch genug Produktion natürlich bereitstellen. Und eine wird die jeweils erschaffen. Ich würde glaube ich eins von beiden nicht. Ich würde nicht beides nehmen. Das ist glaube ich ein bisschen zu viel. Dann das hier oben. Sorry, keine Ahnung. Ich glaube das 10, 20, 30, 40 GP Tabelle. Also das heißt, das schaltet das fünfte Veteranelfall. Also die können noch höher gehen. Als nur Gold, Gold. Sondern können auch noch zu Triple Gold wahrscheinlich gehen. Aber ja. Also. Genau. Das ist halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Angriff und Verteidigung. Aber kommuniziert ist das hier natürlich einfach grausam. Sodass ich da sehr abschrecke das immer zu nehmen. Aber ja. Ist halt so. Dann wieder Anführereinheiten. Also hier ist so ein bisschen der Trend drin. Anführereinheiten zu buffen. Die Schlachtfeldmedizin kriegt Heilung. Also kann er Heilung durchführen. Halt alle Einheiten in dieser Armee vollständig sehr cool. Das ist eine ganz gute Sache. Der Feldmarschall wird nicht mehr als Hauptziel angenommen. Auch das ist wieder schwierig zu verstehen. Steht aber hier oben erklärt. Feldmarschall werden im Kampf immer als letztes Angriff. Das da unten ist natürlich wieder eine Information, die irgendwie einfach abschreckend ist. Aber hier oben steht halt, der wird als letztes Angriff. Das heißt, der Feldmarschall wird nicht irgendwie spontan getötet. Da muss schon die ganze Armee vernichtet werden, damit der stirbt. Sodass ihr diesen Feldmarschall auch behalten könnt. Wirklich. Von daher ist das schon mal ganz, ganz gut. Und die Gewaltmarsch wird 50% günstiger. Extrem stark. Also wirklich extrem stark. Und ja, größer gleich Kampf-EP aus dem Vermächtnis des Kommandanten. Das heißt wahrscheinlich eben durch diesen Feldmarschall. Auch wenn das wieder schwierig ist. Ne, müsste hier stehen. Gleich. Kreis Kampf-EP. Ich glaube, der Feldmarschall soll das haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil das wieder nicht so ganz so kommuniziert wird. Leider. Aber ich gehe mal davon aus. Weil sonst einfach nur Kreis Kampf-EP wäre ja komplett lächerlich. Und da geht es ja eigentlich um Feldmarschall. Ja, insgesamt natürlich eine super coole Sache. Anführer zu buffen. Wenn ihr das eh schon am Anfang gemacht habt. Hier nochmal einen richtigen Push raushaut. Da habt ihr vielleicht auch genug Geld, um die Chaos-Events zu bestehen. Ihr könnt hier euren Sieg-Push machen. Oder eine KI komplett auslöschen. Dafür sind die gerade super. Mit Gewaltmarsch billiger. Eine Heilung vorne im Kampfgebiet. Einen super starken Anführer. Also wirklich gigantisch starken Anführer. Und dazu noch eine Einheitenergänzung. Ist schon sehr cool. Ich finde es nicht übertrieben. Also es ist nicht im Balance. Aber sehr, sehr gute Mischung für das, was es halt erreichen will. Ja. Dementsprechend A, S. Ich weiß nicht. Ich glaube, manche würden es S sagen. Ich nehme es einfach mal A. Weil ihr wisst, wie ich bin. Wenn ihr Videos für mich guckt. Ich bin jetzt so der Militärspieler. Ich finde das ein gutes Paket. Aber ich schaffe es auch mit wirtschaftlich-wissenschaftlichem Fortschritt. Ach komm, nehm mal S. Komm. Bevor ich die ganzen Militärspieler unter euch wieder sauer mache. Nehmen wir es einfach so. Dann gehen wir zum Künstler über. Der Großmeister. Auch eine ganz coole Fähigkeit. Ihr kriegt Meisterkünstler. Ihr könnt jetzt Künstler mit einer Aktion. Kostet ihr wahrscheinlich auch dann eben Kunst. Auf jeden Fall Kunst-Erfahrung. Und dann werden die zu Meisterkünstler. Meisterkünstler geben euch ein besseres Kunstwerk. Da kriegt ihr mehr Kultur dann noch davon. Schatten nur den Luxus, den ihr habt. Das ist also, ne nicht Kultur, sondern Kunsterfahrung. Das heißt, ihr kriegt nicht nur einfach Luxus dazu. Sondern kriegt noch Kunsterfahrung dazu. Was natürlich eine ganz coole Sache ist. Ihr braucht drei auch, um das Vermächtig zu machen. Kriegt ihr eigentlich, glaube ich, dann ganz gut hin. Und ihr seht halt, ihr kriegt einfach mehr Vermögen. Also ihr kriegt ordentlich Geld, ordentlich Luxus durch diese Kunstwerke. Das ist also sehr, ich soll mal sagen, sehr einfach zu bespielende Fähigkeit. Wenn ihr genug Kunsterfahrung habt, eine sehr coole Sache. Dann haben wir das Konservatorium. Ich gehe gleich unten auf die Domänenfähigkeiten ein. Das ist auch ein sehr starkes Gebäude. Fünf Kultur, eine Kunsterfahrung. Ich meine, die Kultur ist natürlich das Wichtige dabei. Mehr Kunstfähigkeiten ist halt einfach das Stärkste. Und dann habt ihr zwei, drei, nee, zwei Domänenkräfte. Eine Kulturkraft, eine Domänenkraft, wo ihr einfach mal, bumm, zwei Bevölkerungen erhöht. Auch sehr stark. Dann Unruhe, sinnlos, würde ich nicht nehmen. Außer ihr habt wirklich, keine Ahnung, Not am Mann und gerade mal 180 Kunsterfahrungen rumliegen. Da könnt ihr aber auch einfach die Unruhefähigkeit nutzen. Das würde ich also nicht wählen. Die anderen Sachen sind da deutlich besser. Wobei ich das auch immer, also Vermögen immer eher als Luxus wählen würde. Wobei beides jetzt nicht Top-Angebot ist. Wobei mit den neuen Abkriegkosten, also neuen Unterhaltskosten, wird der Kunstmarkt schon deutlich stärker wieder sein. Das ist halt einfach nicht angerührt worden. Und Luxus, habe ich jetzt schon mal gesagt, in meinen Augen habe ich nie Probleme gehabt. Nie. Bildung ja, Hygiene immer, aber hier das, also im Real Life und im Spiel, aber hier das habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Dann haben wir Kulturkräfte. Und erhöht die regionale Effizienz der gesamten Region. Das ist wieder dieses Kulturkraft, den wir ja schon vorher haben. Nur halt mit zweimal, glaube ich. Da müssen wir mal noch genau gucken. Aber alle erzeugten Ressourcen für vier Runden lang. Das ist schon sehr cool. Ich muss dazu sagen, dass ich aber gelesen habe, dass diese goldene Zeitalterfähigkeit manchmal auch verbuggt sein soll. Das sie mit Vorsicht genießen. Ersetzen nämlich dann die lokalen Reformen. Ihr müsst da selber mal experimentieren, wie weit das klappt. Aber ich denke, es gibt halt stärkere Sachen, die man da wählen kann, allgemein als Nationalgeist. Aber es wäre natürlich schade, wenn die dann gerade, wenn man darauf spielt, zum Beispiel nicht klappen würde. Ihr müsst da aber mal selber von euren Erfahrungen berichten. Wir müssen die natürlich dann unbedingt fixen, wenn das teilweise auftritt. Ja, und wie gesagt, drei Meisterkünstler. Dann kriegt ihr halt das Gefühl, geht ganz gut. Ist in Ordnung. Ich finde das hier sehr stark. Einfach zwei Bevölkerung statt einer hatten wir durch normale Fähigkeit, diese Immigration. Hier habt ihr auch keine Bedingungen. Ihr könnt ihr also unendlich um zwei erhöhen. Das ist ganz cool. Ein Vermögen ist ganz nett. Das Konservatorium ist auch ganz nett. Es ist eine gute Sache. Ich finde es jetzt nicht übertrieben stark. Ja, und deswegen kommt es auch hier in B. Okay, ist eine gute Sache, kann man mitnehmen. Hat coole, geradlinige Fähigkeiten, wo ihr nicht lange drüber nachdenken müsst. Kann man gut nutzen, ist aber jetzt kein Powerspike ohne Ende, wo ihr irgendwie riesige, tolle Dinge draus rausholt, die extrem besonders sind. Dann gehen wir zu den Söldnern. Die Söldner, ja, kann man eigentlich schon in einem, fast einem zusammenfassen. Teure Soldaten, die ihr kriegt mit viel Vermögensunterhalt. Und ja, genau. Das war halt eigentlich fast. Ihr kriegt ja Söldner anheuern, nur eine Domänenkraft, kriegt keinen frei. Das heißt, ihr könnt ihn am Land zum Söldner, Wasser zum Freibeuter. Macht das niemals, braucht keine Schiffe. Wofür? Hohe Unterhaltskosten, starke Einheit. Könnt ihr drauf gucken hier. Da haben wir 40, 32 als Fernkampfeinheit. Auch wenn er hier absolut nicht als Fernkampfeinheit aussieht. Aber gut, ist er halt. Sehr stark als Fernkampfeinheit. Dann natürlich massiv viel Verteidigung. Sehr wenig Moral. Noch weniger als die Plündereinheiten, die wir bei T1 hatten. Von daher aufpassen und 40 Vermögenunterhalt seit dem neuen Patch. Also, das ist lächerlich viel Geld. Halleluja. Ja, und hier Vertrag auflösen, löst halt eine Armeeaufkrieg auf Vermögen. Finde ich, würde ich nicht nehmen, wenn ich das vermeiden könnte. Dann würde ich lieber das hier nehmen. Weil egal, wann ihr irgendwas tötet, richtig 25 Vermögen. Das ist eine coole Sache. Wenn ihr im Krieg seid, richtig ordentlich Geld zurück. Gerade wenn man halt gegen die Kai auf Brustmeister spielt. Da besiegt ihr, wenn ihr geschickt seid. Also, wenn ihr es schafft. Das ist halt sehr schwer. Aber wenn ihr es schafft, 10 Stacks zu besiegen mit euren 3. Dann habt ihr natürlich, könnt ihr ja ausrechnen. Sagen wir mal, jeder Armee hat 5. Dann haben wir 125 mal 10. Dann haben wir 1250 Vermögen. Ist in Ordnung. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, um das nächste Chaos zu verhindern. Oder die Söldner zu unterhalten. Dann Überfall aufrufen. Da muss ich das selber nochmal lesen. Bei FIFA einen beliebigen Stapel unabhängige Einheiten, um sie aufzulösen. Und durch einen Söldner an Land zu ersetzen. Eine starke, ja, dasselbe. Ja, ist dasselbe wie das. Nur, dass wir halt auf neutrale, unabhängige Einheiten. Ja, bis halt auf der Bahn sein und so. Ist halt ziemlich unsinnig. Weil die gibt es nicht mehr so viel. Außer ihr habt das irgendwie strategisch geplant. Aber da ist das ja einfach besser. Aber ihr habt natürlich die Option, das einfach nochmal ein bisschen zu variieren. Damit die Kosten gleichmäßig steigen dann wahrscheinlich. Ein Söldnerausbildungslager ist einfach Verbesserungsprozess. Punkte 60 und kann wieder nur auf den Standort-Außenposten gebaut werden. Nicht auf eine Burg. Drei Vermögen, einen Kriegspunkt. Da ist ein Waffenlager mit einem Kriegspunkt für 20 wesentlich besser. Finde ich deswegen jetzt nicht übermäßig krass. Auch für so spät fände ich 20 Vermögen gut und einen Kriegspunkt. Dann würde ich es vielleicht in Erwägung ziehen mit 60 Verbesserungspunkten. Aber drei Vermögen, einen Kriegspunkt. Wenn ich was für einen Kriegspunkt für 20 kriege, drei Vermögen kannst du dir in den Hinterklopfen. Wenn die mit Einheiten mittlerweile 40 kostet. Oder auch ja jetzt mit dem neuen System in den sechsten Zeitalter. Oh Gott, wie waren es nochmal? Vier? Ich glaube so ein 8, 12 oder sowas. Da ist ja drei in Fuchz im Wind. Entschuldigung, ich meine natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Genau. Konnotarium. Bilaterale diplomatische Aktion. Damit komplett nutzlos. Könnt ihr wegschmeißen. Wenn beide Seiten zustimmen bei der KI, kriege ich Vermögen und die anderen kriegt Kriegsep. Wird es halt niemals klappen. Braucht man gar nicht drüber zu reden. Da brauche ich gar nicht. Also könnt ihr mir gerne Screenshots schicken. Im Gegenteil. Ich werde es niemals glauben. Ich werde es niemals dafür Geld ausgeben. Also niemals hier eine EP ausgeben. Auf so einer hohen Schwierigkeitsstufe wie Großmeister, wo die alle den Krieg erklären. Und konstant Hass erfüllt sind. Wo du so eine Fähigkeit nicht durchsetzen kannst. Anführer einander Aktionen, die einen Söldner an ihrem Standort erstellt. Also Anführer können dann einfach hier Schutzarmee, also einen Söldner erstellen. All das Thema ist Söldner. Und dann anheuerbare Einheit 0 von 6. Also 6 Söldner wären es halt oder Freibäuter. Und dann kriegst du es freigeschaltet. Ja. Ist halt so diese gimmicky Söldnersache. Ich finde es mit dem Nerf, meine ich, ist auch viel zu teuer. Ich meine, wer will sich das leisten? Ich kann schon verstehen, das ist bestimmt sehr stark. Wenn man da viele Braus-Push von den Viechern mit der Reputationsfähigkeit dazu. Kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten. Ich finde es aber irgendwie nicht so stark. Ich weiß auch nicht. Weil da oft so hier gezeigt wurde, hey Söldner, ich finde es nicht so gut. Also da ist halt der Kommandant deutlich besser. Ich finde es auch jetzt mit dem Nerf, mein Gott, ich will mal BUFF sagen, auch viel zu teuer. Also 40 Vermögen, das ist ja lächerlich. Die sind halt schon stark, weil es halt krass starke Fernkampfeinheiten sind. Aber es ist schon, finde ich, der Masse kannst du sie ja nicht leisten. Wenn du 10 davon hast, brauchst du 400 Vermögen. 400. Entschuldigung. Das geht halt gar nicht. Das kannst du ja auf Großmeister nicht leisten. Dann bist du einfach bankrott. Kannst kein Chaos-Event abwehren. Kannst also auch keinen Krieg führen. Es ist, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstehe. Für mich ist das halt wirklich B-C. Ich finde die Fähigkeit... Ich nehme es einfach für mich ein C. Nee, ist mir egal. Ich könnte mich ja dafür haten, die 10 Leute, die das sich antun und sagen, jetzt muss ich den Omni fertig machen. Haut raus. Kein Problem. Ist okay. Ich finde es schlecht. Mit dem 40 Vermögen, sehr starke Einheit, aber halt viel zu teuer. Dann gehen wir zum Sultan. Der hat die lustigste Vermächtnisfähigkeit. Wird nochmal lustig jetzt. Der Sultan hat die ganz einfache Vermächtnisfähigkeit der Bevölkerung in einer Hauptstadt. Nicht auf 30, nicht auf 40, nicht auf 50, sondern auf 60 zu haben. Ich habe noch nie in diesem Spiel, und ich habe das jetzt schon 100 Stunden gespielt, weil ich kein Leben habe, habe ich noch nie eine Stadt mit 60 nicht mehr bei der KI gesehen. Das Höchste, was sie am Ende hatten, war 40 vielleicht. Und bei mir war es 40. Aber nicht 60. Und das ist noch nicht mein letzter Zeitalter, Nationalgeist. Was zum Teufel. Naja, gehen wir mal auf die anderen Sachen. Also das ist unmöglich in meinen Augen. Keine Ahnung. Könnt ihr mir wieder ein Screenshot schicken. Neuer Palast. Also ihr habt das gleich wie damals bei der Kaiser-Dinastie. Diesmal einen neuen Palast. Den müsst ihr auch noch bauen. Den könnt ihr nicht einfach mit 20 Regierungspunkten reinsetzen. Finde ich ein bisschen ätzend. Kriegt 10 Regionslevel. Das heißt, ihr pumpt natürlich viel, 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 viel mehr Bevölkerung. Darum geht es ja, damit ihr die 60 erreicht. Trotzdem krass. Ich müsste es mal probieren eigentlich. Aber ich sehe es halt nicht so durchs Regierungslevel, wieso ich das schaffen kann. Also Regierungslevel bringt doch kein, 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 keine Nahrung, oder? Also es bringt ja nur Bevölkerungsmaximum. Ja, jetzt kannst du 60 erreichen, aber vielleicht verstehe ich das falsch. Also ich finde es nicht gut. Dann haben wir eine dicke Kanone. Kriegen wir direkt. Können wir auch bauen. Ist halt, ne? Eine typische Verteidigungszerstörungseinheit. Ihr kriegt aber auch Kanonen. Reichen da eigentlich auch in dem Zeitalter. Aber ihr habt ja dann halt. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ihr braucht da auch den neuen Palast für. Den müsst ihr also auch bauen. Ihr müsst für alles hier den neuen Palast bauen oder freigeschaltet haben. Bauen, glaube ich, nicht unbedingt. Dann könnt ihr eine dicke Mauer haben. Theodysianische Mauer. Ja, wenn ihr dann eine Mauer braucht. Ja. Brauche ich. Weiß nicht. Nicht unbedingt. Dann haben wir Hofhäuser. Ist eine Verbesserung. Könnt ihr einfach viel Wohlraum haben und könnt noch mehr Vermögen haben. Ja, genau. Kann man halt Wohnraum mitkriegen. Keine Ahnung. Ingenieursamt kriegt da viel Hygiene, wenn er das halt bekommt. 10. Und beim neuen Palast halt 30. Ist natürlich sehr stark. Damit könnt ihr wieder das Bevölkerungswachstum unterstützen. Handelsamt. Neuer Palast kriegt 15 Luxus, 15 Vermögen. Oben 5 Luxus, 5 Vermögen. Vielleicht, wenn man 60 der Bevölkerung kriegen soll, braucht man sogar Luxus. Von daher will ich da jetzt nicht zu viel so sagen. Ich finde es aber jetzt nicht besonders, wenn es 50 Vermögen wäre oder 100 mit den neuen Abgiebkosten, könnte es auch 200 sein. Dann, ja, wäre es okay. So ist es, ja, genau. Existiert halt. Dann haben wir ein Bildungsamt. Kingen mal Bildung und der neue Palast kriegt 15 Bildung. Das heißt, ihr könnt damit diese hohe Bevölkerung einfach unterstützen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es falsch verstehe, aber ich finde diesen Nationalgeist sinnlos. Ja, und der muss halt komplett verändert werden, in meinen Augen. Hier ist ja auch nichts, was dir praktisch irgendwas voranbringt. Ja, du kriegst halt 10 Regionslevel. Und 20 Unruhenunterdrückung. Das heißt, du kannst viel Bevölkerung unterhalten, aber du kriegst ja kein Bevölkerungswachstum dadurch. Oh, jetzt nehme ich es zum dritten Mal auf. Ja, hier ist der Omni aus der Zukunft. Hallo. Ja, genau das wollte ich sagen. Keine Ahnung, warum ein Mikrofon rausgeschmissen wurde. Gut, gehen wir das Ganze nochmal durch. Sultane, was ich hier gerade erzähle und mich da voll drüber aufregen werde, muss ich ergänzen in der Zukunft, denn mit jedem freigeschaltenen Ideal, das stimmt schon mal nicht, weil das hier erst nämlich nicht so ist, obwohl du dafür 100 Ingenieurspunkte bezahlen willst, was schon sehr teuer ist, kriegt ihr massiv, steht hier, also erheblich Bevölkerung dazu. Das sind, um es in der Wikipedia nachzuschauen, kann ich euch gleich mal zeigen, ich habe es jetzt schon gemacht, mache es gleich dann nochmal, sind das drei pro Feld. Das heißt, ihr werdet 18 Bevölkerung dazu bekommen, was natürlich trotzdem noch in dem Technologiestand, den ihr in der Zeitalter der Aufklärung habt, niemals klappt, um auf 60 Bevölkerung zu kommen. Auch in der Zukunft wird das dann schwierig. Sagen wir einfach mal, also ich habe hier erstmal Nahrung bis zur Unkenntlichkeit. Luxus habe ich auch immer auf 200% genaue Hause. Gut, Hygiene ist schlecht. Sagen wir also, ihr seid besser in Hygiene, kriegt das irgendwie hin und kriegt den Glauben noch auf 200% gepusht. Dann habt ihr vielleicht 25. Sagen wir, ihr seid absolut Experten im Millennia. Wisst ihr wahrscheinlich jeden Trick und Kniff und habt da irgendwie die beste Nationalgeist für wilde Jäger oder sonst was und ballert da 30 Bevölkerung hin. Selbst dann, wenn ihr dann diese ganzen 1000 Ingenieurspunkte gebt, diese schlechten noch immer, da bleibe ich dabei und das, also wieder würde ich es jetzt sagen oder habt das schon gehört, diese schlechten Buffs für den neuen Palast bekommt, zum Beispiel 15 Vermögen ist lächerlich. Dann, selbst dann habt ihr nur 18 Bevölkerung dazu und seid bei 48 Bevölkerung, was noch immer nicht 60 ist. Und es bleibt also der Fakt, dass für mich Sultane ein Meme ist und nix anderes. Es ist natürlich dann doch ein bisschen besser. Es bleibt trotzdem im Rang, den ihr gleich sehen werdet oder schon gesehen habt. Keine Ahnung, ich werde es irgendwie vor oder nachher sagen. Irgendwie da reinbinden. Und das bleibt halt auch noch ein Fakt. Selbst wenn ich die 60 erreichen würde zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt in der Aufklärung sind, was wie gesagt eigentlich nicht möglich ist, weil das Spiel dafür nicht ausgelegt ist, wegen den technologischen Fortschritten. Zum Beispiel Hygiene müsstet ihr halt das ganze Gebiet hier vollflastern. Und dann gehen wir davon aus, ihr habt zwei Städte und in der Aufklärung könnt ihr das dritte, die dritte Stadt bekommen hier durch Öffentlichkeit. Könnt ihr die dritte Stadt bekommen. Das heißt, ihr könntet jetzt hier oben noch eine Stadt setzen. Ich sage auch, okay, ihr seid krasse Leute, ihr habt auf Einflussricht gepusht. Das heißt, ihr habt das ganze Gebiet hier noch dazu und komplett Manchester. Okay, nehmen wir alles mit dazu. Dann habt ihr trotzdem kaum die Möglichkeit, entweder durch die Verbesserungspunkte oder einfach von den Gebieten, die ihr habt, sinnvoll 60 Personen oder 60 Bevölkerung einzusetzen. Klar, ihr könnt hier vielleicht so einen Fisch für drei Nahrung holen, aber überlegen, was 60 Bevölkerung auch für ein Nahrungsangebot braucht, um halt wirklich genug Nahrung zu haben, noch zu wachsen, noch stabil zu bleiben. Oder was es bringt, da jetzt hinzugehen oder vielleicht auf diese Häuser, denn die bringen ja auch irgendwie fünf Gold je nach Haus, ihr Haus fünf Gold zu gehen. Das heißt, ihr könnt auch die 60 gar nicht unterhalten. Deswegen nochmal, ich möchte mich entschuldigen, ich habe das vergessen. Das kommt hinzu. Ihr habt drei Bevölkerungen pro Karte. Es bleibt trotzdem, weil es der teuerste Punkt ist, also die Nahrungskunst, es nur 18 Bevölkerungen sind, die Technologie dafür nicht ausgereift ist und ihr trotzdem, in meinen Augen, nicht die 60 erreichen könnt, bleibt es trotzdem Meme. Nur, dass ihr das noch gehört habt. Ich füge das ein ins Video und dann könnt ihr ja selber mal die Meinung sagen. Ich habe ja schon mal gesagt oder werde noch sagen. Zeigt mir, wie ihr es geschafft habt. Vielleicht habt ihr das hingekriegt, relativ gut und zügig und seid echt die Pros. Ey, dann auf jeden Fall Daumen hoch, dann seid ihr echt cool drauf. Dann würde ich aber auch gerne wissen, wie ihr das gemacht habt. Naja, wisst ihr Bescheid. Und dann auch noch das teuerste, Ingenieurspunkte. Keine Ahnung, ich kann dir nichts abgewinnen. Also der kommt auf jeden Fall C, in meinen Augen sogar D. Ey, das ist in meinen Augen irgendwie Meme oder so. Ich weiß auch nicht. Ich mache jetzt einfach D. Ich würde mal gerne, bitte, wenn wirklich, wenn die eine Person, die das mal gespielt hat und das einfach mal zeigen kann, ob ich das komplett falsch verstehe. Ja, aber das Regionslevel bringt doch nur Bevölkerungsmaximum. Das bringt doch nicht, aber immer 20 Nahrung dazu. Von daher, bitte belehrt mich eines besser. Ich habe, ich verstehe es nicht. Dann gehen wir zu den Kriegspriestern über. Ja, Kriegspriester sind so ein bisschen eine religiöse Geschichte. Auch die, muss ich sagen, sind auch nicht so, verstehe ich auch nicht ganz. Ja, auf jeden Fall Jaguar-Krieger. Also, Veteranen, die den Einheiten können zu Jaguar-Kriegern erhöht werden, sage ich mal, gefördert werden und die sind im Dschungel dann noch stärker. Aber, erst mal filtern er. Aber wo genau sind auch Dschungel jetzt so relevant in dem Zeitalter? Da muss er halt wirklich, eigentlich müsste man dann als Nation in einem Dschungel starten können, sodass man weiß, man ist eh im Dschungel. Damit das vielleicht dann nochmal so ein bisschen strategisch relevant wäre, ja. Gut, Jaguar-Krieger müssen wir uns auch mal ganz kurz angucken, bevor wir das vergessen. Ach nee, brauche ich ja gar nicht rauszugehen. Hier vorne kann man sehen. 32, 45, recht stark. Okay, Moral. Okay, abgibt. Nein, 9 sind es bei dem Zeitalter. Okay, das geht ja noch. Das wären schon 14. Aber trotzdem natürlich nicht wenig. Da müssen wir schon ordentlich was haben. Und halt viel mehr Kampfmodifikationen im Dschungel. Kein Bonus gegen Lini oder sonst irgendwas. Ja, sind okay, ne? Wie kriegen wir die? Durch dieses Befördern. Von daher ist es in Ordnung. Kann man mitnehmen. Ein Dschungel-Bauernhof. Da könnt ihr im Dschungel halt einen Bauernhof bauen. Für 45 Verbesserungspunkte. Und reduziert die Kosten. Expression Dschungel. Weiß nicht. Ist das im sechsten Zeitalter noch relevant? Nee, überhaupt nicht in meinen Augen. Dann könnt ihr einfach den Jaguar-Krieger nochmal waffen. Ja, das ist cool. Also das wäre tatsächlich relevant. Könnt ihr einfach stärker machen. Dann haben wir Pyramiden-Tempel. Das ist eine Verbesserung. Kostet 20. Nur könnt ihr aber auch noch einmal pro Region. Gibt es halt Religion dazu. Und eine Kultur. Auch wieder, ja, nichts schnickstarkes. Baut lieber eine Abtei in eurer Burg. Und dann habt ihr das Gleiche. Von daher braucht ihr das nicht unbedingt. Ja, und dann könnt ihr zwei Einwohner in einer Region opfern. Für Kultur und Glauben. Mit mindestens drei Einwohnern an. Ist klar, damit es halt nicht auf Null runterfällt. Und dann kriegt ihr halt einen guten Schub dafür. Ob das sich lohnt. Bei Kriegsführung. Domänenkraft auch noch. Oder nochmal was bezahlen müsst. Hm. Kommt auf die Kulturmenge an. Ich weiß nicht, wie die scaled und wie genau hoch die ist. Wenn die eine Kulturkraft raushaut, dann könnte es sich lohnen. Wobei zwei Bevölkerungen schon hart ist. Aber wenn er damit einen Heurikas durchpusht, vielleicht ganz cool. Dann nimmt er die obere Linie hier und das. Ob das vielleicht eine ganz nette Geschichte. Und ja, die Domänenkraft Opfern erzeugt jetzt auch Jaguar Kriegereinheiten. Bei allen Pyramiden-Tempel-Verbesserungen. Das heißt Menschenopfer. Dann könnt ihr hier bei den Pyramiden-Tempel-Verbesserungen. Bei allen. Das ist wirklich stark. Wenn ihr diese Sachen hier kombiniert, dann. Müsst ihr wohl auch sehr viel ausgegeben haben. Dann kriegt ihr für jeden einzelnen Pyramiden-Tempel nochmal einen Jaguar-Trieger. Den ihr ja schon auf 1,5 gebufft habt. Das ist schon recht stark. Kommt natürlich auch ein bisschen später. Aber das macht natürlich dann eben diese kämpferischen Aspekte aus. Ist irgendwie sehr speziell. Aber ja, passt halt. Dann haben wir Blumenkriege auf Hauptstadt-Ziel anwendet. Erhöhe den Glauben an deine Staatsregion auf diese Hauptstadt halt. Ja, gut. Dann habt ihr halt einen religiösen Push. Das ist wieder der Fundamentalismus-Gedanke. Vielleicht wenn ihr vorher auch uns Krieger wart. Dann Krieger-Priester. Könnt ihr vielleicht was damit reißen. Ja, vom Mächten ist es einfach. Braucht ihr halt die Pyramiden-Tempel. Die Kosten sind natürlich immer noch sehr hoch. Ne, sind nicht hoch. Genau, sie sind nur 20. Also kriegt ihr auch locker hin. Schafft man auf jeden Fall. Notfalls baut man so ein 30. Wieder ab. Kriegt ihr also locker hin. Also die Eilheit ist ganz cool. Sehr stark. Aber ihr müsst natürlich schon eure Bevölkerung dafür opfern. Das hier ist sinnlos. Das finde ich jetzt auch nicht besonders. Aber die Sachen könnte man hier gut kombinieren, um einen starken militärischen Push zu machen. Ich finde es aber jetzt nicht überragend. Aber für das, was es kann, ist es schon gut. Ja, nehmen wir halt so ein B. Ja, irgendwie ist gut. Genau. Ich würde dir doch vielleicht einen Arm. Egal. Jetzt gehen wir auf die zwei letzten ein. Und keine Sorge, die sind schon auf jeden Fall stärker. Die Gelehrten. Der Klassiker schlechthin. Den würde ich natürlich immer nehmen. Wer nämlich kennt, der weiß, dass ich sowas gerne mag. Ich finde die große Bibliothek aber nicht so super cool. Die große Bibliothek könnt ihr einmal bauen. Und da kommt wieder eine Allianz oder offene Grenzen. Eine KI auf dem Großmeister oder Meister macht so gut wie nie eine Allianz. Das heißt, nur wenn sie brutal unterlegen ist, das heißt, euer Militär muss weit über der Stärke sein von denen, dann würden die überhaupt erst offene Grenzen in Erwägung ziehen. Und die pumpen, wie gesagt, zehn Stacks raus. Wenn ihr die vernichtet habt, passt, dann würden die sowas machen. Alles andere nicht. Von daher, ja, bringt die große Bibliothek beim meisten Spielen einfach gar nichts. Dann, das ist cool, Bildung von Büchergütern. Das heißt, wenn ihr Bücher pumpt, was ich immer gerne mache, die bringen ja Wissen. Sehr gut. Hört euch da einfach noch ein bisschen Bildung dazu, sodass ihr die Bildungsbedürfnisse besser setzen könnt. Übersetzer ist auch ganz cool. Da müsst ihr, glaube ich, Kontakt mit der Nation aufgenommen haben. Dann kriegt ihr so ausländische Manuskripte. Und die könnt ihr halt dann umwandeln in drei Bücher. Also drei in drei. Also könnt ihr, ihr habt eh schon drei Forschungen, sage ich jetzt mal, und könnt die dann halt in sechs Forschungen umwandeln. Wie gesagt, müsst ihr aber Kontakt mit den anderen Nationen getroffen haben. Ob da noch andere Bedingungen sind, ich meine nicht. Ich glaube, nur den Kontakt muss hergestellt sein. Das heißt, wenn ihr vielleicht schafft, dann, ich glaube, man kriegt zwei pro Nation. Meine ich irgendwie so, aber ist schon wieder länger her, dass ich die nochmal gewählt habe. Weil die waren bisher immer vergriffen, sage ich mal. Aber ich meine zwei pro Nation. Sagen wir mal, ihr habt drei also getroffen. Dann könnt ihr zwei von diesen Übersetzern nehmen. Sehr cool. Könnt ihr einfach Wissen immer produzieren aus dem Nichts. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Dann kostet, Heurika gibt mehr Wissen. Super gut. Kann man auf jeden Fall immer nutzen, Kulturfähigkeiten. Wenn ihr gerade mal nicht im Kampf seid oder so, immer auf Heurika in dem Zeitpunkt, wo wir jetzt im sechsten Zeitalter. Natürlich, wenn das Heurika fast gar keine Forschung mehr gibt. Dann lieber lokale Reformen, eine Stadt bauen oder sowas. Aber hier kriegt ihr nochmal wesentlich mehr Wissen, was sehr cool ist. Und dann haben wir noch was cooles. Das ist die Gelehrtengesellschaft. Könnt ihr einfach noch mehr Wissen kriegen. Ihr kriegt ein Buch automatisch erstellt und habt Bildung dazu. Wenn ihr die Bücher dann nachher noch irgendwie buffen könnt, das wäre natürlich schon legendär. Dann habt ihr natürlich massiven Wissen-Push hier. Und ihr könnt, wenn ihr nachher gar keinen Bedarf mehr an Erkundungsfähigkeiten habt, könnt ihr das hier noch mitnehmen. Dann könnt ihr einfach als Domänenkraft Erkundung noch Wissen generieren. Ist wohl extrem wenig, kann ich wohl schon mal sagen. Also nicht da irgendwie erwarten, ihr kriegt da 600 oder so. Wenn nachher die Forschungen 6, 7, 800 kosten, dann kriegt ihr 50 bis 100. Also das ist ein bisschen lächerlich. Aber ja, ihr kriegt zumindest, wenn ihr da irgendwas dampen müsst, könnt ihr die da reinhauen. Und die große Bibliothek kann auch jeweils einen EP-Bepunkt kriegen. Dadurch ist sie doch baubar. Aber nicht überragend, aber sie ist baubar. Also ich glaube, ich würde sogar eher hier auf diese vier Sachen hier gehen und dann alles das hier. Und dann braucht ihr einfach in drei gelehrten Gesellschaften, also in drei Städten einfach das Gebäude bauen. Super einfach, super stark, sehr, sehr gut. Na, super, jetzt habe ich die Aufnahme beendet. Na, egal. Also ja, ich würde es schon mal erst einorten. Ja, also es ist schon stark. Einfach Wissen ist eine der wichtigsten Ressourcen, die es gibt gerade auf hoher Schwierigkeitsstufe. Wenn ihr am Ende irgendwie gewinnen wollt, müsst ihr gucken, dass ihr wirtschaftlich und forschungstechnisch überholt die KI. Und das geht halt mit den Gelehrten sehr gut. Von daher haue ich den S rein, auch wenn es S- ist in meinen Augen. Aber das sind sie beide. Also ich finde es beide nicht überragend in Ultra-S. Aber Kommandant ist natürlich militärisch gesehen super krass. Und die Gelehrten sind halt im Wissen auch in den Paarfähigkeiten, die halt sehr viel Wissen pushen. Sehr gut. Wenn ihr Allianzen kriegt, wenn ihr da irgendwie krass geschickt seid, auch da gerne Screenshots, Erfahrungen von her. Ich finde, das ist fast unmöglich zu erreichen. Aber wenn ihr es geschafft habt, brauchst aber wohl einen hohen Schwierigkeitsstufe. Nicht jetzt irgendwie normal, wo die passiv ist, die KI. Sondern wirklich auch Meister oder Großmeister. Dann gehen wir noch zu den Erfindern. Ja, der Erfinder. Natürlich auch ähnlich wie die Gelehrten so, ja nicht Wissen, aber Innovation finde ich auch ganz cool. Ihr kriegt einfach bei jedem Punkt hier Innovation dazu. Denkt dran, die verfallen ja irgendwann. Leider kriegt man ja nicht für immer. Und ihr kriegt eine Erfinderlaborverbesserung. Wenn ihr hier Erfinderlabor als Ingenieurskunstfähigkeit nehmt, das ist ganz cool. Ihr kriegt einfach eine Erfindung, ein Wissen. Diese Erfindung könnt ihr dann noch ein bisschen buffen. Aber ist ganz, finde ich gut. Sehr gut. Also einfach, könnt ihr einfach mal dazuhören. Kostet wohl fünf Spezialisten. Müsst ihr natürlich auch haben, aber kriegt man, glaube ich, hin. Und diese Erfindungen geben dann ein Wissen. Ja, hier Hauptleiter finde ich. 50 Wissen ist zu dem Zeitpunkt halt schwach. Aber 20 Innovationen und 100 Spezialisten ist sehr gut. Von daher kann man auch mitnehmen. Dann Spitzenforschung. Das ist diese Kulturfähigkeit. Kriegt jetzt zehn mehr. Kriegt also 20 Innovationen. Sehr cool, wenn ihr auf Innovationen spielen wollt. Geht damit ab. Könnt ihr auf jeden Fall bauen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Innovation ist ja immer so ein Hittenmissen. Habe ich ja schon mal erklärt. Das ist, ja, cool mit rumzuspielen. Manchmal richtig krass, wenn man da fünf Weltwunder gebaut hat. Und da noch Produktion dazu bekommen. Und da Wissen dazu bekommen. Ist schon sehr stark. Aber manchmal läuft es natürlich auch sehr leer. Trotzdem ist es eine coole Sache. Wenn ihr da einfach so eine neue Taktik ausprobieren wollt. Könnt ihr das auf jeden Fall sehr schön damit machen. Kann auch sehr mächtig sein dann. Universitätsgebäude geben halt zwei Ingenieurspunkte dazu. Sehr cool, weil die Ingenieurspunkte immer wertvoll sind. Und ein Innovationsereignis wird in der nächsten Runde geschehen. Extrem krass. Also diese Sache hier ist extrem. Ihr kriegt gute Erfahrungen dazu. Ihr kriegt Innovation nochmal geschenkt. Und ihr kriegt ein Innovationsereignis. Umsüss sozusagen. Umsonst. Das ist schon sehr, sehr krass. Electric State. Ihr kriegt einfach drei Energie. Sehr stark. Feuchtig. Erfinderlaber wird aber auch teurer. Aber ihr kriegt noch eine Erfindung dazu. Also nochmal Wissen. Ihr kriegt zwei Wissen für dieses recht günstige Ding. Fünf Spezialisten ist gar nichts. In dem Zeitpunkt, wenn ihr Spezialisten produzieren könnt. Oder hier das einfach nehmt. Extrem stark. Kann ich nur empfehlen. Voltasol ist dann eine Form Energie zu kriegen. Sehr wenig Energie zwar. Und ihr braucht mehr Bildung. Aber generell Bildung. Nicht Bildung, sondern Energie ist manchmal so ein bisschen Bottleneck. Dass ihr da zu wenig von kriegt. Von daher finde ich das eine sehr, sehr coole Sache. Dass ihr da schon mal so eine Fähigkeit habt, schon mal ein bisschen Energie zu produzieren. Ja und dann Weltausstellungsverbesserung ist auch eine coole Sache. Eine Erfindung, die ihr ja vorher produziert habt. Oder Forschung in eine Ausstellung. Drei Wissen, eine Kultur und 25 Vermögen. Da ist nochmal eine richtige Zahl. 25 Vermögen. Das muss überall sein in diesem Zeitalter. Sehr gut. Kann man sehr gut machen. Hat zwei Arbeitsslots. Also ihr könnt zwei Erfindungen in zwei Ausstellungen machen. Also sechs Forschung statt zwei. Das heißt, ihr kriegt eine Forschung in drei umgewandelt. Und eine Kultur und ein Vermögen. Das zweimal. Könnt ihr auch mehrmals bauen, meine ich. Steht ja jetzt zumindest kein Limit dran. Ich meine auch irgendwie im Kopf zweimal bauen kann. Gehen wir davon aus, wir können es mehrmals bauen. Extrem stark also. Ihr braucht nur viel Platz dafür. Weil die Erfinderlabore sind natürlich nur Wissen. Also ihr müsst da schon Platz für haben. Ich finde es aber extrem stark. Ah ne, hier steht ja ja. Kann nur einmal in jeder Nation. Ich dachte schon. In jeder Nation gebaut werden. Also ihr könnt einmal das umwandeln. Also ihr solltet mindestens zwei Erfinderlabore haben. Damit ihr vier Produkte. Ja, sag mal eins könnt ihr auch mit der Fähigkeit nutzen. Aber ich würde schon zwei, drei haben. Dann habt ihr extrem viel Forschung dazu. Und ja, ihr braucht hier auch drei Erfinderlabore. Dafür von daher baut drei. Und dann habt ihr es ja. Die sind ja recht günstig. Von daher braucht ihr nur Platz dafür. Und kriegt dann mit dreien, wenn ihr die obere Fähigkeit genutzt habt, kriegt ihr sechs Forschung schon. Aber ihr verwandelt ja zwei davon nochmal in drei. Also sechs, zehn Forschung. Das heißt, ihr kriegt schon dadurch zehn Forschung dazu. Was tatsächlich gar kein schlechter Wert ist. Zehn Forschung pro Runde. Einfach nur durch diese Sets das Ding zu bekommen. Plus alles, was ihr von Informationen noch dazu bekommt natürlich. Eine sehr coole Sache. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich glaube, ich würde sogar so rumgehen. Machen wir so. Weil ich finde die Erfinder noch ein bisschen stärker. Ich finde, da ist keine Fähigkeit, die einfach totaler Schwachsinn ist. Die Gelehrten durch diese Bibliothek. Warum auch immer ich dafür Allianzen brauche. Warum macht man nicht irgendwas anderes wie die, die du kennengelernt hast. Die Nation oder von Mianz. Ich weiß auch nicht, was. Durch die Künstler, die du erstellt hast. Oder das wäre zu immer. Irgendwas anderes müsste da hin, damit das halt sinnvoll ist. Ich würde es so rum sagen. Wobei das halt schon sehr nah aneinander ist. Und das wäre jetzt meine Meinung. Ich könnte nicht hier auf C gehen, aber ich finde, das ist irgendwie einfach ein Meme. Ich weiß nicht. Wie gesagt, erklärt es mir mal. Vielleicht bin ich einfach zu dumm dafür. Ja, und das wäre es dann. Wie gesagt, haut eure Meinung raus. Sagt, was ihr so meinen. Zeigt mir gerne mal, dass man doch die Sachen, die ich da als schlecht angesehen habe, gut nutzen kann. Und zeigt mir irgendwie Screenshots. Sagt, wie doof ich bin oder wie gut ich bin. Und lasst einen Daumen hoch da und Abo. Wir sehen uns beim nächsten und letzten Nationalgeist-Tierlisten-Video. Bis dann.